Essslingen. Kinder in Bus gestürzt. Leichte Verletzungen haben zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der LL50 erlitten. Eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin war kurz nach 7 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Waldmannsweiler unterwegs und bog an der Einmündung zur K1267 nach links ab. Ein entgegengekommender 48 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses konnte nur noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzten zwei 10 und 13 Jahre alte Fahrgäste des nahezu vollbesetzten Busses zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.